E-Katz BFF Maria Maxina überlädt und X27, Estense Job Maria Maxina ist die Neue bei Let's Dance. Am Dienstagmorgen gab RTL die 14 Profitänzer für die kommende Staffel bekannt, darunter auch ein unbekanntes Gesicht, Beauty Maria aus Köln. Die 25-Jährige ist deutsche Meisterin im Standard-Tanz und Disco-Fox. Außerdem ist sie die beste Freundin von Let's Dance Liebling Ekaterina Leonova, 35. Die beiden sind sogar so dicke, dass ihre Fans sie lange für Schwestern gehalten haben. Jetzt plauderte E-Katz aus, wie sehr Maria sich auf ihre neue Rolle als Profitanzpartnerin freut. Im Doppelinterview mit RTL jubelte E-Katz, ich weiß, wie sehr sie sich das gewünscht hat. Deswegen freut es mich gleich doppelt. Maria sei Let's Dance sogar so wichtig gewesen, dass sie extra ihren bisherigen Job gekündigt habe, ich war acht Jahre in der Altenpflege. Mein Tanzpartner wird happy sein, weil ich auch mal was massieren oder einrenken kann. Bei mir gibt es Tanzunterricht und Physiotherapie zusammen. Komma, witzelte die gebürtige Russin. Maria war übrigens schon mehrfach bei Let's Dance zu sehen, und zwar als Background-Tänzerin für E-Katz Performances. So tanzte sie schon als Evita-Figur, Esel und Nilpferd im Hintergrund. Doch jetzt geht ihr größter Wunsch in Erfüllung und sie darf selbst einen Promi-Mann trainieren. Zu ihrem Stil als Mentorin verrät die Schönheit, E-Katz ist eher so General und ich bin eher so positiv. Anführungszeichen Anführungszeichen Vielen Dank.